Moin Leute und herzlich willkommen zu Project Fish. Wir haben es endlich mal wieder geschafft ans Wasser. Mirko ist diesmal hinter der Kamera. Genau Leute, ne? Moin Moin. Ja, wir haben unser Stativ vergessen und deshalb muss Mirko das heute mal hinter der Kamera über die Bühne bringen. Wir befinden uns hier heute an einem Vereinsgewässer. Wir wollen dem Zander mal wieder ein bisschen nahe gehen und das mit einem toten Köderfisch. Alles weitere seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Leute, was wir euch gerade noch nicht erzählt haben, ist, dass der Pascal, solange es noch hell ist, eine Rute mit Wurm draußen hat. Also ich hoffe, dass wir euch auf jeden Fall in diesem Film Fisch zeigen können, wenn es auch vielleicht keine Zander sein werden. Seid gespannt, was passiert. Ich bin es auf jeden Fall. Und wir müssen mal gucken, wie es dann aussieht, wenn es nachher wirklich dunkel ist. Ich habe zwar Beleuchtung mit, aber wie Pascal schon erwähnt hat, ich habe das Stativ vergessen. Das heißt, da das Mikrofon oben auf der Kamera ist, kann ich da kein Kameralicht anbringen. Und wir müssen mit dem Licht auskommen, was wir dann hier zur Verfügung haben. Das heißt Taschenlampen, Kopflampen etc. Gut, schauen wir mal, was passiert. Die Spannung steigt. Das heißt Taschenlampen, Kopflampen etc. 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 Das heißt Taschenlampen. Die Spannung steigt. It says, way back a year ago It says, way back a year ago So Pascal hat eventuell einen Biss, wir müssen mal gucken Was das jetzt wird, das ist die Wurmrute Ja, ich hab was Kleines dran Was Kleines, sagt er Hau immerhin schon mal Fisch Die Rute ist nicht wirklich krumm, das scheint wirklich ziemlich klein zu sein Na, was ist es? Oh, quick released Tja, so kann es laufen, ne? Okay, aber immerhin, es geht los Und, hängt was? Naja, aber immerhin ein bisschen Action Ja, das stimmt Moin Leute So, jetzt sitzen wir hier Die heiße Phase ist jetzt am Start Es hat sich leider noch nichts getan Aber wir sind guter Dinge Die zweite Rute habe ich jetzt auch auf Köfi umgestellt Einfach mit dem Hintergrund Dass ich eine Rute vorne ablege und eine ein bisschen weiter Und, ja, schauen wir mal was da bei rumkommt So Leute Wir sind jetzt quasi im letzten Licht Büchsenlicht, wie man so schön sagt Unser Gewässer liegt still vor uns Die heiße Phase beginnt So Leute, ich versuche jetzt gerade mal hier am langen Arm im Auto zu filmen Wie ihr seht, es ist mittlerweile stockduster Es hat angefangen zu regnen Kein Zanderwetter Also von daher Wir warten mal ab Wir hoffen, dass der Regen gleich aufhört Und, äh, dass wir dann vielleicht nochmal eine Chance bekommen Ja, mal sehen Drückt uns die Daumen So Leute Es ist Mitternacht Es gießt mittlerweile Ich habe mal irgendwo gehört So, äh Ich würde ja sagen, es regnet Nein, es schüttet Es schüttet wirklich mittlerweile Ähm Wir werden jetzt noch eine Regenpause abwarten Ähm Und dann werden wir einpacken Das hat heute keinen Zweck mehr Pascal hat gerade noch eben einen Biss gehabt Eigentlich wollte er nur seine, seine Route, äh, eben umlegen In der Hoffnung, dass So wie das eigentlich Es prasselt aufs Autodach Ähm Ähm Weil nun das irgendwie Und aber genau in dem Moment, äh Ging's los Und es gab einen Lauf Aber Daneben geschlagen, ne? Ja, ich hätte tatsächlich noch ein bisschen warten sollen Ähm Aber So ist es manchmal, ne? Die Ungeduld ist, äh Ja Auch mal da Ja Naja Wie auch immer Auf jeden Fall Wir brechen jetzt die ganze Sache gleich ab In der nächsten Regenpause, wie gesagt Äh Werden wir unseren Kram zusammenpacken Äh Dieser Film ist aber jetzt an dieser Stelle nicht zu Ende Ähm Wir drehen einfach beim nächsten Mal weiter Ähm Ähm Ja Und hoffen dann Vielleicht dann den ersehnten Fisch zu fangen Also Nicht abschalten Es wird einmal dunkel Und dann geht's auf den anderen Tag weiter Also Bis dann Bis dann Tschüss Hey Leute Neuer Tag Neuer Versuch Leider nieselt es wieder so ein bisschen Äh Von daher kann ich die Kamera nicht Lange draußen haben Ähm Aber ähm Ich hab die Routen schon aufgebaut Zeige ich euch gleich Und dann ähm Ähm Hoffe ich Dass das heute was wird Tja Es ist bedeckt Wie gesagt Es nieselt Ähm Später kommt noch Pascal Der hat Spätschicht Mal gucken Wann der hier aufkreuzt Denk mal Das wird etwas später sein Vielleicht dämmert es dann auch schon Mal schauen Also Wie gesagt Zweiter Versuch Drückt die Daumen Wir schauen mal Ob was geht Bis dann Bis dann Untertitelung des ZDF, 2020 So ihr Lieben, es fängt an zu dämmern, jetzt beginnt die heiße Phase so langsam und ich hatte gerade auch schon einen Zupfer oder Schnurrschwimmer, ich weiß es nicht genau. Mal schauen, davor ist noch nichts passiert, wir haben jetzt kurz nach neun, ich habe gerade mal aufs Handy geguckt, Pascal hat geschrieben, 21.45 Uhr hat er Feierabend, das heißt, der Arme wird wohl nachher im Dunkeln aufbauen. Tja, kein einfaches Los, echt nicht. Na, Hauptsache es bleibt trocken. Okay, also weiter Daumen drücken und gucken, ob das geht. So ein bisschen springen tun die Fische, ja. Ja, ich sehe das rote Licht. So Leute, es hat geklappt, ich habe meinen ersten Kövizander gefangen, 55 hat er, maßig, geht mit in die Küche. Okay, ich freue mich natürlich total, ich wollte eigentlich den Drill filmen, habe meine GoPro eingeschaltet, aber die zeigt gerade hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, nur buntes Bild. Also, irgendwie hat das hier mit der GoPro gerade nicht geklappt, aber, wie ihr seht, wackelt die Kamera, Pascal ist da. Moin. Also, vielleicht kriegen wir es ja gleich nochmal hin, dass er auch noch einen fängt. Mal schauen, für mich ist die Sache jetzt durch, ich baue jetzt ab, Pascal baut auf und, ja, gucken wir mal. Also, erster Fisch ist da, vielleicht kommt ja gleich noch der zweite. Drück die Daumen. Kann's. Moin Leute, ich habe es jetzt auch endlich geschafft, ich habe Feierabend, wo sind wir heute? Am gleichen See wie beim letzten Mal, am gleichen Ort wie beim letzten Mal, nur ein anderer Tag. Mirko hat jetzt heute schon seinen Zander gefangen, für ihn heißt es heute aus die Maus. Für mich beginnt das Ganze jetzt erst und drück mir die Daumen, dass das heute noch was wird. Es ist dunkel. Pascal, was machst du? Mein Gefühl sagt mir, dass die linke Route noch nicht so richtig liegt. Okay, willst du einmal umliegen oder was? Ja, genau, ich lege die jetzt nochmal um. Ich werde jetzt, äh, wirklich nochmal so ein bisschen, zack. Tja, also bis jetzt hat sich an Pascals Routen noch nichts getan. Meine Routen sind jetzt komplett im Auto wieder. Ich warte hier, ich warte jetzt quasi mit Pascal, dass noch ein Fisch beißt. Ja, so hoffen wir der Dinge, die da kommen, oder auch nicht. So Leute, jetzt versuche ich mich mal hier den Hang runter zu arbeiten. Es ist fast Mitternacht. Der Pascal fängt jetzt auch an, seinen Kram abzubauen. Ich denke mal, wir werden das jetzt an dieser Stelle so langsam beenden für heute. Bei ihm hat jetzt nichts mehr gebissen. Ja, wir haben jetzt beschlossen, einen Versuch starten wir noch in den nächsten Tagen. Das heißt also, genau wie beim letzten Mal, das Video ist hier an dieser Stelle nicht zu Ende. Wir machen einen Schnitt und dann geht das mit dem nächsten Versuch weiter. Einen Fisch haben wir ja jetzt, auch wenn ich den Drill leider nicht filmen konnte. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Oder bis gleich in dem Fall. Oder bis gleich. Leute, auf geht's. Wir sind beim dritten Ansatz. Der dritte Abend. Beim ersten, ihr habt es gesehen, Pascal hatte einen Lauf. Beim zweiten hatte ich einen Fisch. Ich weiß bis jetzt noch nicht, ob er auf der GoPro, die ich vor mir hatte, auch drauf ist. Das muss ich alles noch aufwerten. Das ist alles noch auf den Kameras drauf. Ich habe noch nichts runtergezogen. Ich mache das erst, wenn wir wirklich das ganze Ding komplett im Kasten haben. Ja, wie gesagt, wir setzen jetzt das dritte Mal an. Und hoffen, dass wir euch vielleicht heute nochmal einen Drill zeigen können. Und einen Fisch. Wenn es top läuft, zwei. Genau. Drückt uns die Daumen. Bei bestem Wetter heute. Anders als sie die letzten Male, wo es so gepisst hat. Es ist tatsächlich warm. Es ist tatsächlich wirklich wunderbar warm. Die Sonne schien den ganzen Tag. Es ist gerade richtig idyllisch hier. Ja. Also, Luftdruck stimmt. Von daher, wir hoffen das Beste. Alles klar. Daumen drücken angesagt. Wir melden uns, wenn was abgeht. Genau. So, liebe Angelfreunde. Jetzt wird es langsam ein bisschen dunkler. Die Sonne geht unter. Und drückt uns, wie gesagt, weiter an die Daumen. Das ist heute was wert. Jetzt kommt die spannende Phase. Und Mirko und ich werden uns gleich eine leckere Kiezmische gönnen. Tja, genau so sieht es aus. Da liegen die beiden Wunderwaffen. Ja, bleibt dran. Wir werden uns erst wieder melden, wenn wir einen Fisch gefangen haben. Weil wir das mit der Kamera nicht hinbekommen. Den Drill, sofern ein Fisch gefällt. Naja, gut, das müssen wir erst mal abwarten. Ich werde auf jeden Fall gleich die GoPro noch mal ummachen. Letztes Mal hat es, glaube ich, nicht funktioniert. Weiß ich nicht. Werde ich zu Hause dann sehen, wenn ich den ganzen Kram auswerte. Aber ummachen tue ich sie auf jeden Fall. Also, eventuell können wir einen Drill filmen. Wenn nicht, zeigen wir euch aber auf jeden Fall den Fisch. Ja, müssen wir gucken. Weil wir haben auch kein Licht. Ich habe auch kein extra Licht mit oder so. Und wir sind hier kameramäßig also nur, ja, aufs Nötigste ausgerüstet. Ich habe da meine kleine GoPro liegen. Da hinten ist eine Route. Hier ist eine Route. Pascal hat seine beiden auf dem Rottpott hier vorne liegen. Habt ihr vielleicht schon gesehen. So, da hinten geht irgendwo so ein kleines Loch rein. Da ist ein Köder. Die anderen liegen hier mehr oder weniger bei uns vor der Nase. Ja, wie gesagt, Licht ist nicht mehr lange da. Dann wird es ein bisschen schwieriger mit dem Film. Aber ihr habt ja schon gesehen, irgendwie kriegen wir das dann auch hin. Wir schauen mal. Also, drückt uns die Daumen. Also, drückt uns die Daumen. So, Leute, ihr habt es schon gemerkt. Es ging nichts beim letzten Mal. Wir sind jetzt bei Versuch Nummer 4. Und, ja, Pascal ist gerade am aufbauen. Wir sind gerade dabei hier loszulegen. Meine Routen sind schon im Wasser. Tja, ich kann euch nur sagen, was ich die letzten Male auch gesagt habe. Also, drückt uns die Daumen, dass wir euch wenigstens noch einen Fisch zeigen können, bevor dieser Film zum Abschluss kommt. Weil ich möchte das hier natürlich auch nicht bis ins Unendliche laufen lassen. So, also, wir sind am Start. Ihr seid am Start. Drückt uns die Daumen. Drückt uns die Daumen. So, Leute, so langsam wird es spannend. Es wird ein bisschen dunkler. Ja, es fängt an zu dämmern. Auf der Kamera sieht man es natürlich nicht. Die hat einen sehr guten Restlichtverstärker. Aber, es ist tatsächlich so. So langsam beginnt die heiße Phase. Kurz zu unserem Platz. Wir sind jetzt wieder an der Stelle, an der wir die ersten zwei Male waren. Und, ich weiß nicht, ob man das sieht, ich versuche es mal. Da haben wir beim letzten Mal gesessen. Hier hinten an der Kante. Und das sah ja ganz zuerst eigentlich ja noch ganz gut aus. Es gab jede Menge Zupfer. Aber, naja, ab 10 oder so, keine Ahnung, also wo es dann wirklich dunkel war, war gar nichts mehr. Und der See lag wie Blei vor uns, null Regung mehr irgendwo. Und wir haben dann nachher um halb zwölf auch reingepackt. Und dann war egal. Und dann haben wir gesagt, gut, einmal versuchen wir noch. Wie gesagt, ist der letzte Versuch heute. Ich will mich dann auch wirklich wieder mit anderen Angelgeschichten auseinandersetzen. Keine Köfis mehr baden. Der Herbst kommt so langsam auf uns zu. Damit eine schöne Raubfischzeit. Und dann ist wieder Spinnfischen angesagt. Und auch mit der Fliege möchte ich nochmal los. Aber gut, hoffen wir mal, dass heute nochmal was geht. So Leute, es hat doch nochmal mit dem Fisch geklappt. Ich hoffe, dass der groß genug ist. Eingenetzt. Petri. Danke. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Wir werden ihn vermessen und dann melden wir uns gleich wieder. So Leute, hier ist der Fisch. Den wir jetzt gerade gefangen haben. Hat, wenn ich richtig gemessen habe, da gehe ich mal von aus, 53 Zentimeter. Ist also ganz locker über Maß. Und natürlich auch für die Küche. Der ist abgeschlagen jetzt. Freue ich mich, dass es doch nochmal geklappt hat. Kurz vor Schluss, vor Torschluss. Wir haben jetzt noch ungefähr halbe Stunde, Stunde, die wir noch hier sind. Pascal hat seine Köder noch drin. Für mich war es das jetzt. Ich muss mein Kram jetzt einpacken. Aber vielleicht haben wir ja Glück und es geht noch einer. Also würde ich erstmal sagen, bis gleich. So Leute, wir kommen zum Ende dieses Videos. Wir haben es tatsächlich geschafft, zwei Fische zu fangen. Mir sind sie ins Netz gegangen. Pascal ist für das Video leider leer ausgegangen. Bei mir sollte es nicht sein. Aber so ist es, ne? Man muss allerdings dazu sagen, dass er schon zwei Fische vorgelegt hatte. Wir hatten wohl nie eine Kamera mit. Von daher... Gleich stand. Alles gut. Und bei mir ist endlich der Knoten geplatzt. Ich weiß endlich, wie das mit dem Köfiangeln funktioniert. Das waren jetzt meine ersten Fische auf Köderfisch. Ich habe es, glaube ich, schon gesagt. Keine Ahnung. Wenn ja, ich wiederhole mich halt. Ja, ich habe jetzt ein bisschen mehr Vertrauen in diese Angelei. Ich weiß jetzt, was ich machen muss, damit ich auch mit Köderfisch was fange. Das ist schon mal schön. Nun ist die Frage, wie geht es weiter? Wir haben es mal wieder geschafft, einen kleinen Film zu drehen. Lang, lang ist es her. Ja, und wir möchten natürlich demnächst noch ein bisschen was machen. Hast du eine Idee? Ja, wir haben ja noch Wobbeln. Also mit Wobbler, Aufzander. Ja, könnte aber schwierig werden. Ich habe, wie gesagt, noch ein bisschen Karpfen angeln. Können wir auch hier am Baggersee machen. Habe ich noch nicht gemacht. Wir haben ja auch ein paar größere Karpfen drin. In unserer Karpfenteichanlage sind ja eher nur so Satzer. Bis knapp unter der 4-Kilo-Grenze, sage ich mal, drin. Die machen zwar Spaß, weil die richtig schön kämpfen. Aber es sind natürlich keine besonders großen Fische. Also so eingefleischte Karpfenangler, die lachen drüber. Für mich ist das natürlich schön. Ich mache das gerne. Ich finde das gut. Pascal hat da, glaube ich, noch keine Erfahrung mit. Nee, Karpfen, da bin ich quasi Einsteiger. Ja, also das könnten wir zum Beispiel machen. Und ansonsten hätte ich mal Bock, ein bisschen auf Barsche zu zuppeln. Ja, das hört sich doch auch gut an. Oder habt ihr eine Idee? Wollt ihr irgendwas von uns sehen? Schreibt das doch gerne in die Kommentare. Ja, genau. Und ja, dann schauen wir mal. Ja, genau. Wenn ihr mal irgendwie noch was, was wir hier machen können. Wie gesagt, im Grunde genommen ist fast alles möglich. Nur Haie, schlecht. Ansonsten kriegen wir bestimmt irgendwas hin. Denn Leute, wenn ihr ans Wasser geht, wie immer, haut was raus. Ich habe hier immer diesen esligen Schatten hier von dem Mikrofon. Naja, nutzt ja nichts. Wenn ihr ans Wasser geht, haut was raus. Viel Spaß am Wasser. Ne? Ja. Und genau. Abonnieren. Und liken. Genau. Und die Glocke. Bis dann. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.